Was Sie hinter mir schon in Ansätzen sehen und auf den Bildern von der Drohne natürlich in ganzer Dimension, ist ein Kunststück mit knapp 17.500 Quadratmeter Größe ganz in der Nähe von Dostorf. Das Besondere daran, es birgt einen riesigen Teich voller Fische, aber mehr dazu auf den nächsten Bildern. So etwas ist sehr selten erhältlich, wir freuen uns sehr, Ihnen das auch sofort anbieten zu dürfen. Das Besondere daran Ich hoffe, Sie haben sich ebenso in das Areal verliebt wie ich, das ich gemeinsam mit Peter Fellhofer in weiterer Folge vermitteln darf. Ich würde mich sehr über Ihre schriftliche Anfrage freuen. Mein Name ist Reinhard Lenbacher, bin von Raiffeisen Immobilien hier im Bezirk Melk tätig und freue mich sehr, Sie hier vor Ort kennenzulernen. Denn das müssen wir uns natürlich gemeinsam anschauen. In diesem Sinne darf ich mich noch verabschieden, sage Tschüss und Baba.